Warum arbeiten wir überhaupt in der Batteriebranche und warum bei Hoppeke? Gute Frage, oder? Ich habe mich auf den Weg gemacht und genau diese Frage an die meiner Kollegen gestellt. Du, sag mal, was macht denn das Arbeiten bei Hoppeke so besonders? Die Umgebung. Die Freundlichkeit der Leute selber, die hier so sind. Man wird herzlich aufgenommen und man fühlt sich immer im Team mitbereit. Seit wann bist du denn bei Hoppeke? Seit 2010 im Oktober bin ich jetzt hier. Sehr cool. Und seit wann bist du dann schon bei Hoppeke? Ich bin seit 2011 bei Hoppeke. Was würdest du denn sagen, warum man in der Batteriebranche arbeiten sollte? Das ist ein super energiegeladener Job. Jeden Tag was anderes. Und Batterien gibt es ja mittlerweile überall. Und warum arbeitest du genau bei Hoppeke? Weil erstens die Gegend hier super ist. Super cooles Team. Alle sind nett miteinander. Und die Aufgaben sind super spannend.